Musik Wir sind Harms Food, Familienunternehmen seit 1990, ansässig in Hamburg, in Deutschland. Wir produzieren mit unseren Partnern in Polen, Kroatien und China getrocknete, luftgetrocknete, gepupfte und gefehlgetrocknete Früchte und Gemüse, sowie Teezusatzstoffe und Müsli-Kroßstoffe und vertreiben diese weltweit. Wir produzieren auch an unserem Standort in Polen vorgekochte Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, alle Arten von Bohnen. Hierdurch hat die Hausfrau die Möglichkeit, sofort und ohne große Zubereitung eine Suppe herzustellen. Weiter produzieren wir luftgetrocknete Gemüse wie Karotten, rote Beete, Kartoffeln und für den Teebereich mit unserem Partner in Kroatien getrocknete Kamille als Köpfe oder Feinschnitt, sowie Teeäpfel aus der Türkei. Hier auf den Food Ingredients können wir neue Kontakte finden und unsere Altkontakte pflegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017